So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Es ist jetzt 16.19 Uhr, wenn ihr das seht, es ist 17 Uhr oder halt je nachdem wann ihr das guckt. Wir sind noch mitten im Sea Day, im Strafikl Sea Day, wo die Leute gesagt haben, langweilig. Ich fand es gut, ich habe nämlich in diesem Coin-Ticket eine Aufgabe mit 50 Eierbrüten. Und es ist ja vierfach Brütgeschwindigkeit, also ein 2 Kilometer Ei braucht nur 500 Meter. Da konnte ich mir der unendlichen doch mal drei oder vier Eier wegbrüten unterwegs. Das war sehr cool. Ansonsten war Strafikl natürlich ein, muss ich wieder aufpassen, was ich sage, ein neues Shiny. Außer es wurde schon released und ich habe es gar nicht mitgekriegt, aber ich dachte, das ist ein neues Shiny, was es jetzt nur zum Sea Day gab. Ich möchte mich bedanken erstmal beim Mihi4561. Der hat mir das Sea Day-Ticket geschenkt, wodurch ich wieder die Spezialforschung hatte für 1 Euro. Habe das im Stream von 14 bis 15 Uhr dann wieder gelöst. Die letzte Seite habe ich mir aufgehoben. Das möchte ich mit euch jetzt zusammen abholen. Ich möchte kurz die Ausbeute zeigen, dann nochmal ein Shiny durchentwickeln. Und ja, halt Ausbeute wie sonst. Ich will das, was hier sitzt, dann auch noch wegfangen. Vielleicht ist da noch ein Shiny dabei. Was können wir uns denn jetzt aber angucken? Achso, was ich zuerst mal mache. Ich gebe mal kurz XXS ein, um zu schauen, ob ein ganz kleines Strafikl dabei war. Ich sehe nichts. Ich sehe aber ein ganz kleines Tarnel. Guck mal, wie klein das ist. Aber das ist nicht von heute. So, dann gehen wir mal XXL ein. Was ich schade finde, es ist Community Day. Und normalerweise denkt man dann, es wird Showcases geben am Community Day. Von heute bis morgen Abend könnt ihr setzen. Dann Strafikl. Aber es ist ein Showcase momentan mit Gala Fleckmon. Ich habe, um Platz für Strafikl zu schaffen, alle Fleckmon weggeschickt. Jetzt ist aber Fleckmon Showcase. Und ich habe gefühlt keine. Aber im Stream habt ihr gesehen, aus den Forschungsaufgaben, die ich noch im Stapel hatte, da waren zwei, drei Stück drin. Habe ich also jetzt wieder. Ansonsten wäre es natürlich super cool gewesen, dass man hier XXL Strafikl am C-Day fängt und die gleich im Showcase hätte verwerten können. Das ist besser als das andere. Ist trotzdem schlecht, aber es hätte wahrscheinlich ein paar Punkte gebracht. So, früher war das so. Da war wirklich ein Event. Da gab es ganz viel Geist-Pokémon. Und dann war ein Showcase mit Geist-Pokémon. Dann war ein Schicki-C-Day. Da gab es Schicki-Showcases. Aber jetzt passt irgendwie gar nichts mehr zusammen. Kann aber sein, dass sie Montag bis Mittwoch im zweiten Showcase, es gibt ja mal zwei pro Woche, dann Strafikl nehmen. Also hebt euch lieber das auf, wenn ihr jetzt was gekriegt habt. Ansonsten gab es ein Hunderter? Fragezeichen. Ich gehe mal hier rein. Vier Sterne. Keiner dabei. Kein Hunderter Strafikl dabei. Wie viele Shinies gab es insgesamt? Wenn ich jetzt hier draufgehe, sehe ich neun Stück. Das wurde mit dem GoPlus gefangen. Das wurde auch mit dem GoPlus gefangen. Das habe ich, glaube ich, dann mit der Hand gefangen. Dann habe ich noch ein paar andere per Hand gefangen. Und ich glaube, die letzten drei sind dann aber auch mit dem GoPlus gefangen auf dem Nachhauseweg. Neun Stück. Das reicht mir. Wir können es auch mal ganz kurz bewerten. Wir haben hier einen Stern. Wir haben nochmal einen Stern. Wir haben zwei Sterne. Null Sterne. Null Sterne. Drei Sterne. Das ist richtig gut. Ein Stern. Null Sterne. Null Sterne. So. Dieses, weil ich das Shiny mir noch gar nicht angeguckt habe, möchten wir jetzt erstmal durchentwickeln. Ich habe im Stream nichts entwickelt. Ihr seht unten ist auch noch der Schatten da. Das werden wir jetzt einfach mal komplett durchentwickeln. Jeden Z-Day stream ich ja immer von 14 bis 15 Uhr eine Stunde unterwegs. Macht da meine Challenge mit Pupsi und wir gucken immer, wer kriegt das erste Shiny von uns beiden. Wer kriegt das letzte Shiny kurz vor 15 Uhr? Wer hat die meisten Shinies? Ja, das hat ein bisschen Farbe verloren, aber ich habe das erste mit dem GoPlus gefangen. Ich habe auch das zweite glaube ich mit dem GoPlus gefangen und dann hat Pupsi eins per Hand gefangen und dann habe ich auch eins per Hand bekommen. Aber eigentlich habe ich ja das erste bekommen. Eigentlich habe ich auch das letzte bekommen vor 15 Uhr und ich habe glaube ich auch die meisten, weil sie nur drei oder vier Stück hatte und ich hatte dann sechs Stück ungefähr. Also diesmal wäre es ein klares 3 zu 0 gewesen für mich. Matrifol. Ist glaube ich aber was, womit man nichts macht. Also es ist, ja, zum Spielen, das Z-Day gut gewesen, zum Rausgehen, sich die Beine mal verdrehen, aber das ist jetzt kein starkes, krasses Pokémon. Wenn das anders ist, schreibt es mir rein. Das kommt auf 2881. Ja, nee, brauchst du aber nicht. So, was können wir noch machen? Wir haben eben Spezialtab hier drüben. Ich habe ja gesagt, ich habe die Erforschung bekommen von Michi. Ich bin auf der vierten Seite. Ich habe jetzt noch zwei Sachen zum Abholen. Hier kann ich mir nochmal Bälle abholen. Hier ist noch eine Begegnung drin mit einem Strawickel. 394. Warte mal, wir werfen jetzt einfach so drauf. So, 394. Zack, großartig raus. Ich weiß, der 100er-Wert müsste also 418 sein. Der Chat hat wieder gut mitgemacht. Hier gibt es Sonderbonbons. Danke dafür. Da müsste ein fertiges Matrifol drin sein. Da kenne ich jetzt den 100er-Wert nicht. Wir werfen trotzdem einfach mal drauf. Ist das drin? Es ist drin. Okay. Meisterwerk-Forschung ist auch egal. Jetzt fangen wir kurz noch alles weg, was hier sitzt. Vielleicht ist da noch ein Shiny dabei. Hier sind die Werte ja auch wieder anders. So, dann müssen wir natürlich die bewerten, die wir jetzt zuletzt gefangen haben. Dann seht ihr, ich habe wirklich geschafft, jetzt nochmal drei Aufgaben zu haben, wo man drei Strawickel fangen muss und als Encounter jeweils wieder ein Strawickel rausbekommt. Also fangen wir traditionell alles weg, was jetzt hier zu Hause sitzt. In der Hoffnung, dass für das Thumbdale hier jetzt ein schöner Shiny-Glitzer nochmal reinkommt, dass da noch eins auftaucht. Dann holen wir die drei Feldforschungen ab und dann schauen wir nochmal durch, was das Matrifol aus der Forschung eben hatte. Und ob vielleicht doch ein wildes Hunderter jetzt noch dabei war. Ich hatte mein erstes, was ich aus der Forschung hatte, war glaube ich 408 und habe dann gesagt, mal gucken, wir bewerten das, mal gucken, wie gut das ist. Es war schon relativ gut. Dann wurde schnell vom Chat gesagt, 418. Ich glaube, der Cheffe hat direkt reingeschrieben, 418 ist das Hunderter. Dann habe ich geguckt, ich hatte dann einen 410er. Ich hatte dann einen 413er oder so. Wir haben also dann einen 96er auch noch bekommen. Wir haben dann einen 98er noch bekommen. Ansonsten gab es dann gefühlt keine Feldforschungen mehr für mich. Aus der Forschung haben wir jetzt aber gleich noch dreimal die Möglichkeit, auf den 418er-Wert zu achten. Ich glaube, wenn ich einen Hunderter gekriegt hätte, hätte ich es eigentlich mich nennen können und jetzt mir aufheben können, weil das aus dem Ticket kam. Nee, weil er ein Ticket geschenkt hat und es an dem C-Day kam, aber eigentlich bräuchte ich so einen Hunderter nicht aufheben. Der Main damals, der wollte immer alles als Hunderter, auch als Living-Decks-Familie. Der Habanero hat keinen Platz. Der schmeißt eigentlich alles weg. Der versucht auch von jedem Shiny immer nur genau eins aufzuheben in der Grundform. Falls man mal irgendwie jemanden findet, der sagt, er braucht unbedingt das Shiny noch beim Lucky Trade. Ansonsten hebt er halt auch nichts großartig auf. Das ist das Letzte, was jetzt hier sitzt. Da werfen wir nochmal so einen Ball drauf. Warten, bis das drin ist. Dann haben wir ja die Aufgaben von den Feldforschungen. Hau ab! Genau, hau ab! Da ist es weg. Jetzt haben wir die Aufgaben von den Feldforschungen hier. Dreimal. 418. Das ist 400. Das ist nichts. So. Zweiter Versuch. 418. 388. Das ist das Schlechteste. 388. Das könnten wir uns auch noch angucken. Dritter Versuch. 418. 402. Also, aus dem Forschung und Netz ist hier nichts mehr mit drin gewesen. Das 388er wollte ich mir mal angucken. Ah, 10, 12, 10. Also, es ist nicht das Schlechteste, was es gibt. Das Matrifol wollte ich mir noch angucken, weil das aus der Quest eben kam, hat drei Sterne. Ist aber ansonsten auch nichts. Und jetzt einfach im Schnelldurchlauf nochmal vier Sterne eingeben. Nein, es ist kein viersterniges dabei. Wir haben leider heute auch kein Shiny geschafft. Manchmal habe ich es ja, dass bei den paar, die hier zu Hause sitzen, dass da noch ein Shiny bei rumkommt. Diesmal ging sich das leider nicht aus. Ich gebe aber nicht auf. Das fange ich auch noch und das fange ich noch und das fange ich noch. Nein. Das war leider kein Shiny. Wir haben zum Ende des Streams um 15 Uhr auch noch ein Raid gemacht. Da war ein Summer Sender Raid direkt beim Theater. Den habe ich in die Raid Gruppe gepostet. Zehn Leute haben sich eingetragen. Wir haben dann 15.05 Uhr direkt den Raid gemacht im Anschluss an den Stream. Das hat auch gut funktioniert. Das ist jetzt das einzigste Summer Sender, was ich habe. Denn heute früh habe ich einen Glückstausch gemacht. Da musste ich das von gestern vom Community Raid wegtraden. Das hatte drei Sterne. Und jetzt habe ich vorhin nach dem Im-Stream am Ende das gefangen. Das hat leider nur zwei Sterne. Aber Summer Sender ist ja noch ein bisschen da. Morgen gibt es auch Raids für Zuschauer mit Summer Sender für euch. Wenn ihr noch Summer Sender braucht, das Shiny sucht, könnt ihr morgen mitmachen von 10 bis 12 Uhr. Ich mache täglich meinen einen Pass für Summer Sender. So lange wie es da ist. Und guckt mal, ob sich das mit dem Shiny ausgeht. Und was dann das Beste ist. Ansonsten war es das jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, bis ihr den Peaceout vorhaut. Euer Ramses. Wie war euer Sea Day? Habt ihr die vollen drei Stunden gespielt? Wie viele Shinies habt ihr bekommen? Habt ihr einen Hunderter bekommen? Hat es Spaß gemacht? Ich fand es okay. Das Wetter hat diesmal auch gepasst. Es hat nicht geregnet. Es war nicht zu warm. Es war nicht zu kalt. Nach der Zeit hast du kalte Hände ein bisschen gehabt. Jonas hat vor allem kalte Hände gehabt. Haben wir jetzt erst nochmal Handschuhe gekauft, neue. Und war okay, sage ich mal. Ansonsten Peaceout vorhaut. Euer Ramses. Heute Abend noch Premiere 20 Uhr. Morgens Stream. Und ciao. Wo ist denn jetzt hier der Ausknopf? Wo ist denn die Maus? Hier ist die Maus. Genau. So. Peaceout vorhaut. Euer Ramses.